Ja! Wollen wir mal die ganze Situation aufjappen? Leute, geht mir mal davon auf, dass Lisa meine Freundin wäre. Heyo! Leute, willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, Leute. Leute, ihr habt dieses Video bestimmt schon lange erwartet, Alter. Es ist so cringe. Es ist so bescheuert, dass wir dieses Video machen müssen, aber es ist unausweichlich, Leute. Diese Kommentare sind unnormal, Leute. Damit wir dieses Video mal machen können, haben wir alle Wörter mit zusammen, Freundin etc. auf die Blacklist gepackt, damit wir alle Kommentare mal zusammenreiten können. Und haltet euch fest, Leute. In den letzten zwei Tagen haben 35.000 Leute so eine Scheiße geschrieben. Wow. 10.000 Kommentare unter jedem Video. Wirklich geiles kannst du. Und zwar zu Sachen wie, ist Lisa deine Freundin? Sie seid safe zusammen. Bist du mit Lisa zusammen? Bist du mit Lisa zusammen? Zusammen groß geschrieben, Manuel. Du bist doch 100% mit Lisa zusammen. Prozent! Prozent! Bist du mit Laura was anscheinend? Leute, auf jeden Fall gibt es tausend Kommentare, ob ich und Lisa zusammen sind, Leute. Und diese Frage wird heute endlich beantwortet, meine Freunde. Vorher will ich aber noch was anderes addressen. Ich glaube nämlich, dass diese Kommentare aus zwei verschiedenen Gründen gestellt werden. Erste Sache ist, ja, sie denken halt wirklich, dass wir fucking gut zusammenpassen und einfach ein Paar sind. Wir sind einfach beide mega süß. Oh my God. Nö. Zweitens, das möchte ich gerne an einem Kommentar beispielhaft erklären. Zum Beispiel Laura die Kosola schreibt an mich, die zwei passen mega gut zusammen. Punkt mal Punkt. Wer findet es auch? Und das Wer findet es auch in diesem Satz ist ein sehr, sehr, sehr großes Indiz auf, äh, like alles. Ehe kleinen Schlingel, ich weiß ja, ihr wollt auch, habt auch alle eure eigenen Kanäle und wollt euch gerne hochboosten und mit so Kommentaren kann man es natürlich gut schaffen. Äh, diese Kommentare haben teilweise wirklich 10.000, 20.000 Likes auf meinen Videos bekommen. Echt jetzt? Ja. Krass. Das war richtig geil, das kam. Und ich muss sagen, komplett, okay, wenn man Likes haben will, das ist ja so, ist halt YouTube, so ist YouTube einfach. Und ich kann es sich das auf keinen Fall übel nehmen, aber viele haben es natürlich auch erst gemacht, weswegen sollten wir da ein kleines Statement raushauen, Leute. Vorher lesen wir nämlich noch ein paar witzige Kommentare vor, denn, Alter, das ist so geil. Ich sage, bist du bereit? Ihr seid, ich kitzel. Ihr hast einen Kommentar von Lasse, okay? Bist du ready? Was? Ich weiß nicht, was du geschrieben hast. Huuu. Okay. Ich schwöre, ich habe diese... Ich schwöre, ich habe diese Lisa im Garten gefecht. Und guck, sie haben hier schwöre gefecht. Also, das ist ja... Im Garten! In welchem Garten, bitte? Also, das ist nicht wahr. Okay, nächstes Kommentar von Lani. Lisa ist voll die komische... Oh, nein! Seien wir mal ehrlich, Lisa ist schon ein bisschen komisch. Leute, das ist natürlich ein ganz kleiner Teil von meiner Community. Die meisten sind ja relativ cool von euch. Ich weiß ja, Kommentare sind meistens immer der Abschau von YouTube. Es gibt natürlich immer viele coole Kommentare, aber es gibt auch viel Scheiß auf den YouTube-Kommentaren. Ihr müsst überlegen, das Video hat 300.000 Aufrufe. Davon sind vielleicht 1.000 Kommentare. Und das sind dann meistens Leute, die abfacken wollen, likegeil sind oder halt einfach coole Kritik schreiben. Und leider ist dieses coole Kritik schreiben... So ein Teil. Aber trotzdem weiß ich ja, viele, viele Leute von euch sind einfach mega cool aus der Herbe. Ich will nicht gar nicht falsch reden. Leute, ihr seid mega, mega cool, unterstützt uns auch mega geil. Man kann einfach sagen, das ist mega, mega cool. Aber ich bin trotzdem nicht komisch. Und jetzt kommen wir mal zu den Leuten aus meinen Kommentaren, die vielleicht ein bisschen schlau sind. Wie unterentwickelt seid ihr eigentlich? Okay, beleidigen muss man natürlich jetzt hier nicht. Sobald ein Mädchen bei HeyMoros im Video ist oder er sich gut mit einem Mädchen versteht, kommt von jedem gleich, lokal, ist es seine Freundin oder so. Und das ist wirklich so! Egal, wer in meinem Video ist! Wenn es kein Junge ist, es kommt direkt dieses, oh mein Gott, du bist zu 100% zusammen! Oh mein Gott, du machst Celina so eifersüchtig! Das alles ist eigentlich wirklich entstanden nach dem Celina-Video. Also ich weiß nicht, was da irgendwie passiert ist, aber es ist auf jeden Fall danach entstanden. Okay, dann kommt der Zweite! Könnt ihr's lassen, es nervt. Erst Moritz und Celina sind zusammen, oh und jetzt Moritz und Lisa. Es ist ja seine Entscheidung, wen er liebt und mit wem er zusammen ist. Hundhard Dean Elmuth, bester YouTuber, Hetze, 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 Hetze. Jetzt kommt was aus der ganz hohen YouTube-Schiene, okay? Haltet fest! Celina hat mir gesagt, dass sie mit ihm zusammen ist. Also haltet die Fresse, er ist nicht mit Lisa! Ausruhezeichen! 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 Oh mein Gott Leute, es ist auf jeden Fall wirklich crazy. Also ähm, ja! Wollen wir mal die ganze Situation aufklacken. Leute, geht mir mal davon auf, dass Lisa meine Freundin wäre. Dann, was ist das? Und was ist das? Also die Lisa ist jetzt tot. Wer geht mit seiner Freundin bitte so um? Ja, Leute, können wir es auf jeden Fall mal offiziell machen. Nein, wir beide sind nicht zusammen. Wir haben etwas ganz anderes zusammen geplant. Das ist mega, mega cool. Und zwar reden wir da schon seit Wochen drüber. Wir haben ein riesiges Projekt zusammen geplant. Und das sind nicht nur wir beide, sondern ich, Lisa und Zelda. Wir haben nämlich vor eine... Wie ihr vielleicht mitbekommt, hört ihr gar nichts. Ich habe mich nämlich im Nachhinein entschieden, euch das jetzt doch nicht zu sagen. Weil es einfach eine viel zu große Sache ist. Ich will da ein ganzes Video draus machen. Wir arbeiten da schon seit Monaten, seit einem Jahr fast jetzt schon dran. Und das euch jetzt so random einfach zu sagen, wäre ein bisschen blöd. Ich weiß, ihr hasst mich, aber ja, genießt das Video. So crazy, was wir geplant haben. Und wir werden komplett YouTube auf den scheiß Kopf stellen. Nehmt euch YouTube und dreht es auf den Kopf. Genauso, Lea. Ja, auf jeden Fall, Lea ist auf jeden Fall hier Kamerafrau. Ey. Also ich finde das Team eigentlich schon ganz cool. So eine 13-jährige Kamerafrau. Ich, Lisa. Nice, professionelle Vlogger. Ja, Leute, damit hätten wir das Thema auf jeden Fall abgeschlossen. Ich höre auf, sowas zu schreiben. Auch wenn ihr nur Likes wollt, Leute. Man kann auch ganz andere Like-geile Kommentare schreiben. Wie zum Beispiel, ihr habt keine Socken an. Oder wer liegt auch gerade im Bett. Gehen wir wieder auf die Kommentare. Das ist schon ein Top-Kommentar. Wer hat auch keine Socken an. Leute, gehen wir wieder auf die Like-geilen Kommentare zurück. Das andere ist nämlich echt langsam ein wenig lästig geworden, muss ich sagen. Ja, wobei, wir fanden es ganz witzig. Es war schon, es war auch schon ein bisschen witzig, Leute. Und damit würde ich sagen, Leute, hier auf diesem Kanal gibt es täglich Videos, täglich kranke Scheiße. Es wird mega eskalieren, Leute. Es wird die geisteskrankeste Zeit in unserem Leben werden. Und ich hoffe, ihr werdet einfach Spaß haben. Ich hoffe, ich kann euch jeden Tag hier zum Lachen bringen. Es ist einfach mega cool. Daily fucking Vlogs, Leute. Wenn wir schon so weit sind, dann solltet ihr mir auf jeden Fall auch auf Instagram folgen. Hey, mir aber auch. Mein Kanal ist viel cooler als deiner. Das war's von dem Video. Das war's von dem Video. Bis zum nächsten Mal.